Wir melden uns wieder aus Vekus Kochschule. Neben mir Chefkoch Albrecht Vogel. Lieber Albrecht, du hast ja für ein tolles herbstliches Menü die Maronensuppe vorgeschlagen. Die Esskastanien spielen da die entscheidende Rolle. Wie wird denn so eine Suppe gehen? Also wir machen heute die Esskastanien-Suppe. Die Zubereitung liegt darin, dass wir praktisch die Esskastanien nachher anschwitzen. Und zwar erst mit dem Lauch in Butter angeschwitzt, dann den Honig dazugeben, die Esskastanien, den Sellerie und nachher wird abgelöscht mit etwas Weißwein. Dann kommt etwas Bouillon dazu und Sahne. Und wenn nachher das, wo wir sagen, rund abgeschmeckt wird, vielleicht noch eine Brise Zimt, dann hat man vielleicht auch ein bisschen den weihnachtlichen Charakter schon. Und zum Schluss gibt es ein Kirschwasser mit einer geschlagenen Sahne als I-Züpfelchen. Hört sich spannend an. Wenn Sie jetzt auch Appetit bekommen haben, dann schauen Sie doch einfach nach. Wir halten das Rezept für Sie parat.